Hier ist die Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer. Sie kommen! Und mit der Nummer 13, der Tom Giesel. Nein, ihr Bratwurst habt euch so keine Ahnung. Ja, der Benz Friedli hat auch keine Ahnung, ist trotzdem schon zum zweiten Mal bei uns. Jubiläumspodcast heute, wir feiern die 50. Ausgabe. Und darum, weil Jubiläum, bevor wir anfangen, müssen wir schnell, SRF hat keine Kosten und wir gescheutert, gescheutert, hat uns ein riesiges Feuerwerk hingestellt, das lassen wir schnell ab. Ja. Das ist es, SRF in Zeiten von Sparen. Dass ihr bis dahin seid. Ja, diverse Dankens- und Gratulationsschreiben haben uns erreicht. Von der Fussballministerin Jo Lamenherd, von der Kommunikationsministerin Simonetta Somaruga, Bundespräsident Guy Pamelin, Lopudelaya. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil es wird sonst den Rahmen sprengen. Besser. Aber freut uns natürlich auch. Dankeschön. November 2019, Benz, weisst du noch? Bin ich in diesem ersten Podcast gewesen. Du bist der erste gewesen? Wahnsinn. Bin ich der erste, der zum zweiten Mal macht? Du bist der erste, der zum zweiten Mal macht? Schon ich so kann, wie ich es erzählt habe. Hast du noch Feedback? Wie hat sich dein Leben verändert nach der ersten Ausgabe von Sikora Giesler? Ich habe mir vorgenommen, nie mehr öffentlich über einen Nationalcoach zu sprechen. Was ich dann unterschätzt habe, ich dachte, der erste Podcast, dann überhaupt Podcast, das hört ja niemand. Nachher haben es alle gehört. Und haben gefunden, mein blöde, unausgegorene, was ich da pralaget habe über Petkovic, das geht gar nicht. Also hat sich dein Leben verschlechtert nach dem ersten Podcast? Ich bin davon ausgegangen, für dich ist es wie ein neues Leben losgegangen. Dummschnurre ist ja mein Beruf grundsätzlich, aber... Nein, es ist schön, wieder da zu sein. Und jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf 50 kommt. Hey, hey, hey! Hallo, ich komme dir auch hundertst gerne wieder. Einfach so in gewissen Abständen. In gewissen Abständen. Nein, aber da lernst du gerade etwas. Dummschwätze ist ja völlig okay, das dürfen wir ja in allen Bereichen machen. Aber nicht im Fussfall. Viel zu ernste Sache. Gut, ich habe ja schon viel gelernt. Weisst du, ich komme ja eigentlich für das Lernen, weil der Mama ist, glaube ich, der einzig Sachverständige in diesem Land, wo ich finde, dass man etwas lernen kann. Nicht gegen dich, aber... Nein, nein, ich bezeichne mich jetzt nicht in erster Linie als Sachverständiger in Sachen Fussball. Genau. Wir hoffen natürlich, wir haben einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Fussball da und dort auch mal nicht so bierernst diskutiert wird. Du tutest wieder, seit kurzem. Wir haben gestaunt, dass du nicht an die Krücken kommst, nicht hinkend. Wie ist dein erster Einsatz gewesen? Ich bin ja jahrelang jetzt Profisportler gewesen. Also ich bin noch nie so vorbereitet an ein Spiel wie jetzt am Sonntag, weil ich habe ja nichts anderes gemacht, als eigentlich ein bisschen Joggen, ein bisschen Dase, ein bisschen Fitness, ein bisschen Kraft. Nein, es war super. Es ist wirklich so der Schutti-Moment, wo ich mich extrem darauf gefreut habe. Wir waren schon mittwochig im Training so viel wie noch nie. Wir konnten also ein Match machen. Das ist schon viel bei uns. Und am Sonntag waren wir noch viel mehr. Und die Freude, das ist unglaublich. Das ist für mich zu schuten halt. Einfach auf den Bitt stehen wieder und mit den Kollegen. Und grossartig. Wir haben zwei zu. Ja. Zu? Wir haben zwei zu irgendetwas gefehlt. Zwei zu viel. Ja, der irgendeine ist nicht mehr gezählt, aber das ist so scheissegleich. Egal. Es ist verdammt. Ist es eine Herausforderung in der Alternativliga generell überall in der Schweiz, dass überhaupt genug kommen, die spielfähig sind? Es kommt immer sehr auf das Spiel an, wie wichtig, dass die gerade sind. Also wir hatten das auch. Wir waren ja damals eine relativ erfolgreicher Mannschaft. Und dann bei den nicht so bedeutenden Gruppenspielen sind wir dann vielleicht 14, aber wenn wir dann im Finale gespielt haben, dann war man trotzdem 32 von Leuten, wo man sich zuerst noch vorstellen musste, wer das überhaupt ist. Das gehört, glaube ich, zum Amateurfussball dazu. Eben, weil Amateurfussball generell, die sind jetzt einfach alle froh, nicht nur die Alternativliga, sondern der ganze Amateurfussball darf seit kurzem wieder trainieren überhaupt schon und auch wirklich Match spielen. Wahrscheinlich sind die alle unglaublich froh. Ich weiss nicht, ob alle so gut trainiert sind wie du. Also der Nachbarsbub, also es ist jetzt auch kein Bub mehr, der hat irgendwie ein Mänti, Donnstag, Samstag jetzt Match gehabt, weil es noch um einen Aufstieg in die Zweitliga geht und so. Und das ist dann schon, das ist der Richtige. Also bei denen ist es auch fast ein bisschen streng. Aber ich glaube, es sind die, die in der Aufstiegsposition sind froh. Und die, die jetzt den Abstiegen nach ein paar gespielten Spiele und nur eine Hinrunde, für die ist es, glaube ich, ein bisschen fies. Es gibt ja nichts Gerechtes. Aber sie weiss, um das Verrecken werten. Ja, das kann ich verstehen, nachdem schon eine abgebrochen worden ist. Und wenn du in so einer Mannschaft bist, die halt vielleicht mal abgestiegen ist, jetzt wieder zurückkam oder schon lange Ambitionen haben, zum Aufsteigen, dann ja zwei Jahre hintereinander zu sagen, hey, sorry, geht es trotzdem nicht. Ja, wieder in Gang. Und das Lustige ist ja, eben, sobald du wieder, das Schutt ist für mich wahnsinnig weit weg, in den letzten 12, 15 Monaten. Also wirklich einfach, ich glaube, auch nie hat der Fernseher für irgendeine Champions League oder so. Und jetzt ist doch, nachdem ich jetzt das erste Mal auf dem Platz gestanden bin, ist die EM für mich auch schon so ein bisschen näher. Das ist jetzt irgendwie korreliert. Ja, ist das miteinander gekommen? Also machst du dir noch Hoffnung, dass du nachgedrehtlich nominiert wirst? Ja, gerade so. Das erste Mal der Böhle am Fuss. Jetzt bin ich glaube ich wieder näher dran. Jetzt bin ich wieder näher dran. Näher dran. Es ist ja nicht so, dass ich dann schauen und finden, ja, Bonucci, das brächt ich auch noch her. Das hat etwa meinen Angang. Nein, es ist mehr so, das Interesse ist wieder erwachet. Und, ähm, das geht mir... Was du gesagt hast, von der Anzahl Spiele, das ist der halben Ministunde, weil im Verlauf der Saison bei uns der Enthusiasmus ein bisschen sich geleitet hat. Und wir sind zehn am Sonntagmorgen. Den weiss ich, ich spiele durch. Also du bist darum gut zu Fuss, weil du gar nicht so viele Einsatzminuten gehabt hast in dem ersten... Nein, ja, also wir haben auch etwas... Das ist das Schöne und das Fair an meinem Team. Wir haben auch etwas gleich viele Einsatzminuten, ob schon, wenn man jetzt nach Qualität gehen würde, dann wäre ich... Ja, auf der Tribut. Was mich freut, wenn du sagst, ja, wieder ein bisschen Fussball gespüren und wieder ein bisschen mehr in den Modus kommen, auch am Fussball interessiert zu sein. Dass jetzt der Amateurfussball und auch der Juniorenfussball wieder losgegangen ist. Ich fahre wieder bei mir in der Nähe über die Almenz-Zürich und ich gehöre wieder Scheizrichter pfeifen, ich gehöre wieder Juniorentrainer über den Platz rufen. Das ist für mich so der Soundtrack vom Sommer eigentlich. Das ist der geilste Soundtrack. Nochmal zu durchfahren und irgendwo shootet es und du gehörst ja immer relativ... Es ist eigentlich noch krass, wie weit, dass man den Ton gehört von einem Böller, der shootet wird. Extrem weit dreht das. Und es ist halt wieder das Leben. Es ist da wieder wie richtig. Es geht nicht nur das Fussballspiel an sich, sondern es ist der Soundtrack rund um den Fussballplatz. Ja, inklusive... Gefällt er? Ich hasse Bratwurst, aber wenn er der Geschmack da ist, einfach das Schmücken von einem Bratwurst und eben der Groove. Harthof, Zürich, wenn da alle die verschiedenen Ligenen und Frauen und Juniorinnen und mir von der Alternativliga haben einen Sonntagmorgen. Ich glaube, da gehe ich dann auch noch her, wenn es dann definitiv nicht mehr reicht, um selber zu spielen. Das ist einfach Sonntagmorgen. Und ja, das ist... Da kannst du jetzt sagen, ist das Leben wieder erwartet. Jetzt am Geländer hängen und rein gaffe. Und vielleicht ab und zu einen blöden Spruch. Sowieso. Und probiere rauszufinden, wie viel das steht, wenn du irgendwie gerade neu mitzuhangelaufen bist. Wer echt im Führer ist und wer echt in der Wien ist. Aber du musst kennenlernen, der den Spieler fragt. Nein, sie wissen es. Wir haben irgendwie so die Werder. Wie viele sind wir jetzt? Sind es fünf oder sechs Gegengaben? Scheisse. Ich weiss noch, wir haben damals, als ich noch Präsident war, von der Alternativliga, damals hat noch der Scheizrichter, jetzt geht das alles mit Handy und Internet und Resultat gemeldet und so, aber früher hatte es so ein Schärtchen, das der Scheizrichter hatte, wo er halt Partie eingetragen hat und dann konnte, weil das teilweise ein bisschen schwierig ist, Kreuzchen machen, für wie viele Goale das gefallen sind, bei jeder Mannschaft. Und es war noch eine grosse Diskussion, wie viele von diesen Kästchen man machen muss. Damit es reicht. So, so zehn reicht das. So, nein, nein, Deportivo La Havana spielt ja auch mit. Oh, nein, nein, nein. Also, wenn es seine Mannschaft hat, die nie mehr als zehn Goals bekommen. Ich glaube, zehn. Aber das war ja jetzt die erste Runde, wie du weisst, als Ex-Präsident von der Liga. Und die ist ohne Chiri. Das ist immer der faireste Match der Saison. Solange du kommst, kannst du sagen, oh Chiri, oh Offside, oh Chiri. Es ist super fair, du musst dich einigen, wie in Amerika an einer Kreuzung, wo es keine Vortrittsregeln gibt, man muss das Gespräch suchen. Wäre das ein Lösungsvorschlag für den Profifussball? Ich würde es einfach sehr gerne mal sehen, wie das funktionieren würde. Wir haben das damals eingeführt und wir gefunden haben, eigentlich ist es ja, jeder, der Fussball spielt, vom Amateurbereich bis zum Profi, weiss, wenn er ein Foul gemacht hat. Er weiss, ob er der Letzte war, der am Bölen war und sie rausgegangen, er weiss, für wer das Einwurf ist. Eigentlich wissen das alle. Und dadurch, dass du einen Schiedsrichter hinstellst, du wälst halt die Verantwortung ab und wälst dann die Versuche ein wenig zu pushen, um den Schiedsrichter zu überzeugen, dass du das nicht warst oder dass das Einwurf für dich ist. Du fährst sofort davon lügen. Du wälst ihn ja sogar jetzt noch am Bahn ab, es ist jetzt doppelt abgewälzt. Aber wenn du ihn kennenlässt, würde mich, bei den Alternativfussballern funktionieren es vielleicht noch ein bisschen besser, aber was würde passieren, wenn du das mit Profi-Fussballern machen würdest? Ich glaube, das Experiment wäre mega spannend. Final von der Europawahl. Sie könnten sich bei niemandem beschweren, es lohnt sich auch nicht, eine blöde Schwalbe zu machen, weil du musst ja dann den anderen erklären, dass das jetzt wirklich ein Foul war. Und du weisst es, dass es nicht war. Bei uns ist es so. Wir haben schon vorhin gesagt, Jungs, wir spielen nicht auf Offside, das ist keiner das, was sie sehen. Und ich bin der Erste, der immer sagt, wenn er draussen ist, auch schon ich genau weiss, wir haben ihn zuletzt berührt, aber du probierst einfach, und wenn du keinen da hast, keine Instanz, dann bist du sofort ehrlicher. Also das kommt vor in diesen Spielen, dass einer sagt, hey, ich habe im Fall gefolgt, es ist im Fall behalten. Und das würdest du nie zugeben, sobald du abschieren kannst. Wir haben immerhin Offside selber gemacht, bei diesen Matchen ohne Scheisse. Aber ich sehe, du siehst doch kein Offside, wenn du selber auf dem Platz stehst. Nein, jeder hat einen zur Verfügung gestellt und auf jeder Seite war eine Linierichter. Das haben wir gemacht. In das Regelkomitee von der UEFA und der FIFA müsste man das mal reingeben, einfach mal den Scheizrichter abschaffen und schauen, was passiert. Vielleicht schafft man ihn dann sehr bald wieder an. Ja, du könntest es ja nur schon, so wie es in der Alternativliga ist, einfach einmal als Test wie als Symbol. So als symbolische Gäste. Der erste Spieltag von der Superliga ist ohne Scheizrichter. Grasartig. Ich fände es als Experiment. Das ist fantastisch. Ich sage, es würde funktionieren. Willkommen zurück, lieben Amateurfussball. Es ist schön, haben wir euch wieder. Ihr seid wichtig, auch für den Soundtrack vom Sommer in diesem Land. Wie fest sind ihr schon in Stimmung? Die Europameisterschaft steht ja kurz bevor. Wir nehmen jetzt am Dienstag Mittag auf. Am Freitag ist das Eröffnungsspiel. Italien gegen Türkei. Wie fest sind ihr schon im Fieber? Mir fehlt es noch ein bisschen. Nein, muss ich sagen, bei mir ist es auch noch nicht so entflammt. Ich habe aber auch das Gefühl, jedes Jahr kommt immer die Frage, ob du schon im Fieber bist. Nein, eigentlich nicht. Es ist nicht weniger als das letzte Mal. Es ist etwas anderes verglichen mit viel, viel zurück, als man noch Kind war und irgendwie Panini-Bildchen gesammelt hat. Dort ist das irgendwie dauernd präsent. Du hast immer die Spieler, du kennst alle Spieler, du kennst die Spielpläne, du weisst, wer mit wem in der Gruppe ist. Es kommt so langsam und du freust dich dann auch darauf, bis es losgeht. Aber seit ich jetzt aufgewählt habe, Panini-Bildchen sammeln, was schon schon ein Zeit lang her ist, geht es für mich eigentlich los, wenn der Abpfiff vom ersten Spiel ist. Aber Vorfreude, das ist einfach ein Fussballspiel. Ja, als Käse-Kindersiedling, weisst du, ich konnte ja auch noch so zwischen ihnen wieder Panini kaufen, wenn ich schon lange nicht selber gesammelt habe. Es hat ja so und so viele Mädchen und Buben in der Siedlung gehabt. Hey, Käse, die sammeln, also ich glaube, das ist nicht nur subjektiv. Gestern bin ich über Landau zum ersten Mal so die Bibliothek irgendwie von Meilen am Zürichsee ist mit Liebli dekoriert und der Autobiografie von Alain Sutter. Und dann habe ich so gedacht, ah shit, da wird einer auf Begesterung gemacht und Bäckerei auch und ein lokales Architekturbüro. Ich habe noch nichts gespürt von dem. Das ist wahr. Keine Fahnen, die über die Balkone hängen, keine Fähne an den Autos. Das kommt aber erst, das kommt schon erst, wenn es losgeht. Nein, das ist, also gut, vielleicht nicht das Weltmeisterschaft. Das ist eine Woche, zwei vor, sind schon Autos mit Fähnen rumgefahren, sonst habe ich glaube es. Ja, und ich hätte dir bis jetzt mit jedem Turnier können sagen, nein, nächste Siste kann ich nicht abmachen, dann ist das oder das Spiel. Das hat natürlich auch noch mit dem Besonderen zu. Ich habe das auch immer gewusst, ich habe gewusst, mit welcher Gruppe ist, wenn welche Spiele sind, aber ihr wisst ja auch, damals sind es noch acht Mannschaften gewesen und wenn es hoch und nachher vielleicht noch 16. Jetzt ist es okay, wo einfach regular sind und kannst auch auch 24 Mannschaften, ich kann mir bis jetzt, das wird schon kommen, ich weiss noch nicht gegen wer das Dukarine spielt, ehrlich gesagt. Ich habe es uns ausgedrückt. Gegen wer spielt Dukarine? Einfach damit wir das bildlich vor uns haben. Die Ukraine. Kann es sein, dass die Ukraine gegen Russland kommt? Irgendwann dann schon. Die müssen einfach beide weiterkommen. Die Ukraine ist in Gruppe C mit Holland, Österreich und Nordmazedonien. Dort ist die Chance, zum Weiterkommen nicht so klein. Vor allem ist die Ukraine recht gut. Das wäre schwer, wenn sie zufällig sind. Du meinst, weil sie haben jetzt den Krach wegen den Lieblings... Man könnte einmal mehr sagen, nein, mit Politik nichts. Politik zu nix. Die Ukraine, die den Umriss von ihrem Land aufs Lieblings gedruckt haben, mitbekommen. Und das finden die Russen nicht so leise. Und die Antwort von den Russen war, dann tun wir aber das grossrussische Reicht. Mit Finnland. Mit Finnland. Das finde ich schon schön an einem grossen Turnier. Durch solche Geschichten komme ich langsam rein. Auch die Geschichte mit dem Granitschaka, der noch schnell sich ist, geht tätowieren. Und Steven Zuber, der an diesen freien Tagen, bevor sie jetzt los sind, noch in die Kronenhalle ist und sich dort abliegen lässt. Also du wunschst über die Negativmeldungen drin? Nein, über die Meldungen generell. Darf man überhaupt in den Bakugas schuten, wo der Verwaltungsratspräsident der staatlichen Erdölgesellschaft sogar zufällig noch gerade Präsident vom lokalen Fussballverband ist und zufälliger UEFA 90 Millionen Euro geschmiert hat, für das er die Spiele bekommt. Nein, das ist zu gross. Über das finde ich nicht wie. Zuber ist jetzt nicht mehr Sponsor von diesem schönen Turnier, weil sie irgendwie pleite sind. Sie wurden ersetzt durch die ebenso sympathische Firma Qatar Airways. Also du hast eine Schurkenstadt durch eine andere ersetzt und über so grusige Geschichten, das erwärmt ja auch nicht das Herz. Nein, das blende ich natürlich aus. Aber dann dürftest du natürlich nie mehr Fussball schauen, ausser die Superliga, oder? Nein, du hättest schon 1938 nicht die WM schauen, wo der Mussolini hat geschaut, dass es zufällig Italien Weltmeister wurde. Und du hast mich 1978 nicht dürfen, wo die Argentinische Militär kommt, das ist mir schon klar. Aber es fällt mir irgendwie schwerer, das auszublenden. Als Junge hättest du es halt noch besser können. Und du hast es auch nicht so verstanden, natürlich. Und es ist nicht alles aufgedeckt worden, was vielleicht im Nachhinein noch gut gewesen ist für die Entwicklung vom Fussball. Deutschland, ein Sommermärchen, haben wir ja währenddessen das Stadt gefunden, noch nicht gewusst, dass es gekauft ist. Eben. Bei Katar wissen wir sieben Jahre zum Voraus und es passiert genau nichts. Ja, ja. Absolut. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema, das ist das Thema vom Ausblenden von unangenehmen Realitäten. Aber das fällt immer schwer. Wenn du sagst, oder einfach wie hoch ist deine Ekelgrenze oder so sagen? Was musst du denn für dich feststellen? Also man kommt schon langsam relativ nahe an die Ekelgrenze, die relativ hoch liegt. Oder tief, je nachdem, wie man es anschaut, man kommt schon relativ nahe dran an, je länger, je mehr. Aber noch, oder vielleicht hat das mit zu tun, dass die Begeisterung gar nicht so gross ist für das Turnier, das in so vielen verschiedenen Ländern stattfindet. Es gibt ja auch, also es gibt ja für alle Faszinationen, die man hat, gibt es ja auch gewisse Abnutzung. Also wenn man die ersten fünf EMs, die man miterlebt, sind vielleicht noch das grösste und nachher wird man halt älter und es ist dann halt nicht mehr die erste oder die zweite EM, sondern die zehnte oder so, wo man erlebt, dann ist es, ja, es ist, glaube ich, normal, dass man das naheläht. Ich freue mich jetzt auch nicht mehr so extrem auf die WM, auch wenn es jetzt nicht in Katar wäre, sondern wenn alles völlig okay wäre mit dem Fussball und das Turnier würde an einem super Ort stattfinden. Auch dem wäre die Faszination nicht mehr so gross, als wenn ich noch Panini-Bildchen von der WM 86 ausgerabt habe. Fühlst du dich abgenutzt, die Band zu Psalter? Euphorie abgenutzt? Ja, ich merke einfach wirklich, ich weiss auch nicht, ob das jetzt genau die Bubble ist, wo man sich drin bewegt und dass es allen Kolleginnen und Kollegen gleich geht, aber mir fällt es viel schwerer als früher, die kindliche Unforeingenommenheit, in das Naivsein zurückzugehen, wo man das alles noch toll finden konnte. Und das ist ja der einzige Ort, wo du aber noch Kind warst, ist das Schutti-Stadion und Italien, du kannst alles ausblenden, du fähnst auch gleich, weil ich schon mit vier Jahren für die Azurri gefähnt habe. Und das, das fällt mir jetzt noch am leichtesten. Das mit der Azurri, ich glaube, das stellt sich den nächsten Wochen wieder ein, wenn sie den Schutten. Der Rest total abgenutzt, aber überhaupt gegenüber dem Mannen Schutti-Business und das hat schon sehr viel damit zu tun, wie korrumpiert das ist und wie ich habe mit einer Nachbarin darüber diskutiert, warum ist das Schutti-Stadion? Die Welt verändert sich gerade sehr rasant. Ich glaube, wir schauen mal zurück auf die Zeit und da ist viel passiert. Gendermässig, politisch, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, wie wir uns ernähren, Klima, es passiert gerade sehr viel und das Schutti bleibt als dieser Hort von Machismo, Korruption, umbrotzen mit Statussymbolen, auf Dubai, gar ein goldiges Steig zu fressen. Die Jungs bewahren einfach eine Welt aus dem letzten Jahrhundert bewahren und das ist klar, dass dir das nicht mehr so leicht gefällt, dich mit dem zu identifizieren. Wir haben schon auch noch Freude am Fussball und wir freuen uns schon auch noch ein bisschen. Aber grundsätzlich... Die wollen es noch nicht abgestellt. Die wollen es noch nicht abgestellt. Sie sind schon auch lässig. Nein, aber um das zu unterstreichen, die Buben und der Machismo und vor allem das Geld, es wird ja immer komplizierter. Früher sind wir acht Mannschaften, also eine Europameisterschaft und dann sind einfach die beiden Besten weitergekommen, haben ein Viertelfinal gespielt und dann ist es recht zügig vorwärts gegangen und es ist alles recht einfach gewesen und klar. Dieses Jahr mit den 24 Teilnehmern, mit denen die Besten Zweiten kommen weiter, aber die Dritten vielleicht auch noch und es macht es ja immer komplizierter und das ist nicht um den Fussball spannender zu machen, sondern da geht es halt auch um Geld. Aber zuerst muss ich noch schnell eine Replik auf den Bands loswerden. Es ist ja schon so, klar, die Fussballer, zumindest ein winzig, ein verschwindend kleiner Teil lebt das so aus, wie du jetzt gerade das beschrieben hast. Das betrifft nicht die linke Ausverteidigung des FC Thun. Der lebt nicht so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Es ist so die Super-Elite. Aber er steht für die Welt irgendwo. Der Superstar steht für die Welt, aber es ist jetzt ja nicht so, dass Golfspieler oder Manager irgendeiner Bank oder irgendwelche führende Persönlichkeiten von einer Versicherung, die leben auch so eine Welt. Es ist nicht einfach die Fussballer. Ich glaube, es ist sobald noch immer zu viel Geld drin ist, und das ist bei den Superstars vom Fussball, haben sie den Way of Life, den sie dann auch zeigen und auch wenn der voll nicht mehr in unsere Zeit drin passt, den zeigen sie dann. Es ist gerade mehr einfach eine Frage, wer viel Geld hat und das so zeigt. Und vielleicht sich nicht so viele Gedanken um das herummachen. Aber man muss jetzt nicht auf den Fussball herumhacken, sondern es geht mehr um das System, die, die den Fussball prägen und weiterentwickeln in eine Richtung... Das sagen das nie. Das sagen immer alle. Immer wenn sie irgendeine blöde, saublöde Neuerung einführen, die irgendwie offensichtlich ist, dass sie nur Geld haben wollen, sagen sie ja immer, das ist für die Entwicklung vom Fussball. Es ist ja eine Entwicklung. Es ist schon eine Entwicklung. Frage ist, ob sie gut ist oder schlecht. Und vor allem um das geht es gar nicht. Es geht ihnen ja definitiv nicht um die Entwicklung des Fussballers. Jetzt hast du gerade noch einmal zurück um das 24er-Teilnehmer-Feld, das wir da jetzt haben. Ich meine, das ist ja auch dem geschuldet. Es ist bei grösseren Europameisterschaften halt passiert, dass grosse Nationen sich nicht qualifiziert haben. Also, Holland hat Turniere verpasst, Italien, Alli, sie hätten mal können. Es hat passieren, dass die ESC... Nein, das hat Italien die WM verpasst. Es ist ein Turnier verpasst. Das hat passieren, aber es ist natürlich für eine Turnierorganisation ein Desaster, wenn eine grosse Nation nicht dabei ist. Und das haben die Risiken, das ist immer so, die brauchen, im Fussball überwiegt immer mehr wie auch in anderen Bereichen, die Planungssicherheit. Du brauchst Planungssicherheit. Jemand, der das Turnier organisiert oder sponsert, der will die Sicherheit, dass alle die Zugpferde dabei sind. Und weil man das nicht so festlegen kann, weil das dem Geist vom Fussballwürr widersprechen, dass eigentlich der weiterkommt, der besser ist, dann muss man es halt anders machen, indem man die Regeln so lange ändert, bis die Chance winzig ist, dass sich irgendeiner von diesen grossen nicht qualifiziert. Dann machst du mal ein 24er Teilnehmerfeld, dann, weil es immer noch passieren könnte, dass Holland oder Italien da durchgeht, dann machst du noch die Nations League, wo sich dann nochmal jemand qualifizieren könnte. So hast du einfach die Supersicherheit, dass alles dabei ist. Mit dem Effekt, dass halt alles einfach immer grösser wird. Und langweilig. Und sie verkaufen es dann als Entwicklung vom Fussball, weil es doch auch für kleinere Nationen super ist, wenn sie da mal mitnehmen können. Ich kann mich jetzt nicht mehr blamieren, vor jedem anderen Turnier, wenn ich auch einen Final-Tipp habe, gegeben, haben mir die wirklichen Kennerinnen sofort gesagt, das ist gar nicht möglich bei diesem Tableau. Und jetzt versteht niemand mehr das Tableau. nach Italien final. Und irgendwie will die Italiener als Gruppendritte auch noch weiterkommen. Ist das vielleicht so? Was sehr zum Schauen... Sehr interessant ist, ich habe mal geschaut, wie es für die Schweiz aussieht. Und sehr interessant ist, wenn die Schweiz die Gruppe gündet, dann kommt sie auf die Gruppenzweite einer anderen Gruppe. So weit noch so normal. Dann weiss man schon, wer gewählt. Gruppe C. Holland, Österreich, Ukraine, Nordmazedonien. Also wenn sie die Gruppe gündet, kommt sie auf die Zweite. Wenn sie aber Zweite wird von der Gruppe, kommt sie auch auf die Zweite. Es ist egal, ob du gündest oder Zweite wirst, du kommst als Schweiz in dieser Konstellation eh auf die Zweite. Aber wenn du als Dritten wieder kommst, kommst du auf eine Gruppenseite? Ja, das hoffentlich. Also gewisse Gruppenseiger haben dann sogar eine Dritte als Gegner. Also es ist wie so zu ein Wern. Früher hast du das einfach gewusst, du hast in deiner Gruppe gespielt und der Rest hätte dich nicht interessieren können. Beziehungsweise du hast schon gewusst, wenn wir Zweiten wären, spielen wir gegen den, wenn wir Ersten wären, können wir gegen den. Und das hat man als Zuschauer ja auch können nachvollziehen. Du hast gewusst, jetzt müssen die gewinnen und die sind dann draussen, wenn sie jetzt das Spiel verlieren. Und jetzt weisst du ja bis zum Schluss, bis zum Schluss des letzten Spieltags weisst du das wie nicht. Und dann kommt es dann noch dazu, es ist ja auch noch dahingehend unfair, dass die, die am Schluss spielen, wissen ja schon, wie sie spielen müssen, dass sie sicher zum Beispiel als Gruppenbesten, als besten Gruppendritten wiederkommen. Also du kannst dir wieder die Schande von Gikon wiederholen. Du provoziierst dich damit. Portugal ist letztes Mal weitergekommen mit drei Unentschieden und eigentlich dürfte in einem normalen Turnier, wo gewisse Sportliche werden, mit drei Unentschieden einfach nicht weiterkommen. Entschuldigung, ich weiss. Kanada ist jetzt gerade so Hockey-Weltmeister. Italien ist auch mal so weitergekommen. Schwach im Vorrund ist gegen ein gutes Omen. Reden wir nicht über Eishockey an dieser Stelle? Nein. Verdehe ich hier nochmal. Aber vielleicht ist das ein gutes Omen für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, dass die Schweizer Hockey-Nationalmannschaft so gut ist, wie vielleicht noch gar nie. Und wieder mal rausgekommen? Die Deutschen rausgekommen. Leider ja. Das meine ich mit einem guten Namen. Die Schweizer Eishockey-Nationali hat leider versagt, obwohl sie... Ah, und jetzt sind die Postball nicht gut. Ein Schweizer Schutti-Nationali, die nicht so gut ist, kommt dafür weiter. Vielleicht. Das hast du jetzt nicht gesehen. Das ist das, was ich mir ein bisschen erhoffe. Wenn du... Wir sind jetzt ein bisschen sehr... Du deutest Zeichen recht originell, aber ist gut. Du musst ja irgendwie die Zeichen deuten, damit sie dann so kommen, wie du das gerne hättest. Wenn du von der Azuri redest, was erwartest du? Von der Azuri ist das eigentlich der Amts, was sagt, die müssen wieder mal... Nein, die sind einfach der... Europameister wäre. Die haben offenbar einen wahnsinnigen guten Groove, gehen gut miteinander um, haben einen grossartigen Coach. Gut, der ist ja auch ein bisschen ein Poser mit dem Sportwagen und so. Sein Instagram-Kanal solltest du jetzt auch nicht folgen. Man sollte mein Instagram... Aber ähm... Ich glaube, das ist einfach das stabilste Team von den letzten zwei Jahren. Ich glaube, 25 Mal nicht mehr verloren. Und also... Spielerisch für mich Favorit, gerade weil ich dir jetzt ausser den altgedienten Giellinius und Bonucci keinen Namen aufzählen könnte. Klar, Insigne und so, aber ähm... Es sind keine Stars, es ist wirklich, glaube ich, das Kollektiv. Und ja, Favoriten sind sowieso, oder spielerisch. Ist eh klar. Wieso? Weil... Ich in meinem Neuen versprochen, dass ich das hier sage. Hallo, Nils. Ja, gut. Ähm, nein, weil das glaube ich auch. Für Isi, weil spielerisch... Ja, so. Dänemark, Italien, sie haben den beste Lauf im Moment. Und den Rest sehen wir dann. Es kann ja auch sein, dass die Deutschen plötzlich noch ein Wunder machen. Ich gebe Ihnen ein bisschen... Ich gebe Ihnen die Dienstleistung in Dänemark in Gruppe B mit Russland, Belgien und Finnland. Das mache ich jetzt regelmäßig. Danke, wenn du das noch ein paar Mal wiederholst, dann habe ich es auch innen. Was hast du noch für eine Nation vorgenannt, wo du... Eben, Ukraine, aber ich habe es schon angeschaut. Ukraine. Für die, die es nicht nachschauen können, ich habe es gesagt, Niederlande, Österreich, Nordmazedonien, Gruppe C. Auf die könnten wir eventuell treffen dann. Ja. Das wäre wieder Schweiz, Ukraine. Wenn wir die Siegergruppe von unserer Gruppe sind, dann kommen wir auf die zweite von der Gruppe C. Eben, Ukraine. Ukraine. Die Schweiz spielt auch mit. Stimmt. Stimmt. Dort weiss ich sogar die Gruppe, ja. Es waren ja die Testspiele und jetzt weiss ich, ich höre schon den Memen wieder jammern und natürlich jammern sie zu Recht, weil die Testspiele aus deiner Sicht gar keinen Sinn machen. Ich gebe dir da absolut recht. Das stimmt nicht. Ich sage nicht, sie möchten keinen Sinn. Sie möchten keinen Sinn, wenn sie öffentlich sind. Das sind Testspiele. Das sind wie Trainings. Es ist vor einem grossen Turnier. Niemand will sich verletzen, du musst ein paar Sachen ausprobieren. Das ist ein Training. Und als das jetzt auch behandelt werden, nicht als ein Länderspiel, das im Fernsehen übertragen wird und jeder Trottel gibt, noch irgendwie sind Sänfte zu. Ja, so haben wir schon an der EM, wir haben sogar gar nichts verloren. Natürlich nicht, da spielt auch niemand so an der EM, weder sie noch Gegner. Darum, lasst die einfach weg, hört auf über Freundschaftsspiele, urteilen, lasst sie einfach spielen. Keine Zuschauer, keine Fernsehübertragung, die spielen. Der Petkovic kommt Erkenntnis aus dem Spiel, aber der Gegner ist Coach auch und das wäre es. Also, sie sollen spielen gegen Lichter stehen, einfach weil es ein gutes Gefühl gibt. Sie sollen gegen irgendjemanden spielen. Sie können ja gegen Italien, Bulgarien, gegen die USA, gegen China spielen, das ist völlig egal, aber es soll niemand zuschauen und das beurteilen und aufgrund von diesem Erkenntnis ziehen auf, wie dann die Schweiz soll an der EM auftreten. Niemand macht das. Wie soll ich denn jetzt eine Prognose abgeben, wenn der Tommy fragt? Du hast sie ja schon in die Pflichtspiele gesehen und die Pflichtspiele ist etwas anderes. Lass den Benz auch mal etwas sagen. Nein? Nein, ich habe schon viel zu viel. Der ist schon mal da gewesen. Er hat schon alles gesagt. Hast du die Testspiele gesehen? Ja, USA habe ich gesehen. Ja. Und habe natürlich eben, genau wie du sagst, gedacht, wie kann man die USA anders schätzen? Wie kann man so schwach sein? Ich bleibe bei mir eine Prognose. Switzerland, zero points. Ja, aber das ist so ein Zweckpessimismus, damit man nachher nicht enttäuscht wird. Nein, den haben mir IB-Fans 11.662 Tage lang perfektioniert, diesen Zweckpessimismus. Keine Erwartungen, für das wir dann nicht enttäuscht werden. Nein, bei Nazis echt von denen erwarte ich nichts. Und klar, du kannst mir dann sagen, in einem Monat gib es zu, dass du da gejubelt hast im Halbfinale. Wo wir die Deutschen zum Turnier ausgerührt haben und nachher im Finale gezogen sind, gerade in Frankreich. Es ist ein Team, das für mich ausstrahlt, dass man sich etwas von da verhofft. Bloß haben wir einfach die starke Gegner. Sorry, die Türkei, die Italien sind sehr starke Gegner und Wales. So wie ich unser Team sehe, wie die Lamborghini-Jubben da sind eingefahren in das Trainingslager, Maserati, Ferrari, fährt der Panzer vor, steigt der Shaqiri aus, es sieht besonders lächerlich aus, hat wahrscheinlich einen Kindersitz auf dem Fahrersitz, das rufen mal. Es ist einfach lachhaft, es gibt Pause, wie Steffi Buchlin auch sagt, die Blicksportchefin, wer lange genug wie ein Europameister auftritt, wird es irgendwann mal, ich weiss nicht. Detail stimmt nicht, aber, es ist ein Auftritt von der Walliser viel anders aus, wenn sie mit ihrem Auto kommen. Nein, ich lobe mir den Akanschi, der glaube, die VW fährt. Nein, es ist einfach so, hey, das geht tun, das geht prozent. Aber dann musst du wirklich nicht Fussball schauen. Ja, also du schaust da die besten Fussballer vom Kontinent, wo alle sehr, sehr viel verdienen und sich auch damit aus mir völlig unnahvollziehbaren Gründen finden, ich leiste mir jetzt von dem stick das Auto. Und da musst du nichts mehr schauen. Und vor allem kannst du auch nicht, da musst du schon gar nicht kurz sagen, ich bin mega Italiener. Ich nehme nicht an, dass die Italiener mit dem Cinquecento oder mit dem Velofer sind. Aber rein Fussball ist, es ist wie das Spielwider schlussendlich nicht in der Kerne entschieden, sondern ein Spielwider trotz allem, egal mit welchem Auto du an den Spiegel bist oder in das Trainingslager kommst, wird dann doch auf dem Platz entschieden. Dass die Testspiele durchaus genutzt werden für Medienschaffende, die halt keinen anderen Anhaltspunkt haben als die Testspiele, das ist halt einfach eine Krux, die wahrscheinlich auch dem Wladimir Petkovic nicht so gefällt, weil der sieht es wahrscheinlich ganz genau wie du. Das sind Training. Es haben ja auch gesagt, die Spieler, sie waren müde, die haben wirklich hart trainiert. Sie sind nicht ideal vorbereitet auf so ein Spiel, als wäre es ein Ernstkampf, sondern das sind erweiterte Trainings. Und trotzdem musst du nach dem Spiel hinstellen und sagen, ja, wir sind noch nicht dort, wo wir wollen, aber wir wollen ja auch noch nicht dort sein, weil wir müssen ja erst in einem Eröffnungsspiel dann dazwischen. Du bist immer gemessen, also Spiele, die eigentlich aber gar nicht da sind, um gemessen zu haben. Das ist eben das Blöde. Ja, in dem Sinne kann ich auch keine Prognose abgeben. Ich lasse mich gerne überraschen. Es gibt einfach auch viel, was dagegen spricht, bei der Schweiz. Söhr sind... Er ist nicht so überspielt wie alle anderen. Söhr sagt Seferovic genau auch in der Zeitung, dass die anderen ausgeruht, er nicht. Das ist auch schon wieder eine Ausrede. Er ist ausgelogt. Aber es ist natürlich ein bisschen Rattenschwanz, dadurch, dass man eben die Freundschaftsspiele dann schaut und auch über die urteilt. Vielleicht wisst ihr noch, vor der letzten EM hat die Schweiz ein reifer Testspiel gemacht, wo alle katastrophal waren. Bosnien verloren und viele andere ganz schlecht auftreten. Halb lustlos oder einfach nicht so... einfach kein gutes Spiel gewesen. Und Petkovic ist grauenhaft angegriffen worden. Ja, das meine ich. Also, das schlägt dann um, obwohl... Und er kann ja nicht einfach den Anstand sagen, ja, dann schaut einfach nicht zu. Oder sagen, es dürfen keine Zuschauer mehr kommen, kein Fernseher und ich mache das jetzt hinter geschlossenen Türen. Aber eigentlich wäre das das Sinnvollste. Alles andere ist blöd, weil nachher hat man gesehen, die Schweiz an der EM hat nichts mit dem zu tun gehabt, als sie gespielt haben in dem Freundschaftsspiel gegen Bosnien. Also eigentlich alles gut. Sie haben ein bisschen schüttelt, es hat sich niemand verletzt. Nicht einmal der Scherdan und Shaqiri hat eine Muskelverletzung. Aber bist du von 0 auf 100 plötzlich hungrig? Bist du halt eben nicht so motiviert gewesen gegen die USA? Nicht, da hat es nichts mit Motivation zu tun. Das ist einfach ein bisschen zurückhaltig. Sie haben Wichtiges zu tun. Sie spielen andere Systeme teilweise in den Clubs als in den Nazis. Das heisst, sie müssen das zuerst ein bisschen einstudieren und um das geht zu treten. Ich glaube mir natürlich eine Fasnacht von IB, wo ein Lauf hat, wo eine Superfrühle geschautet hat, wo reinkommt und bei der ersten Wahlberührung sie es wohl macht. Es ist auch etwas anderes, aber er muss sich ja noch er muss sich verwiesen und er wird nicht spielen wahrscheinlich von Anfang an dann, wenn es dann darauf ankommt. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen leihenhaft, wenn ich jetzt sagen würde, Pet Krötsch, du musst den Fasnacht aufstellen. Vor allem aufgrund der Leistung in einem Freundschaftsspiel darfst du es einfach nicht befordern. Das ist völlig Sinn. Für das ist ein Freundschaftsspiel natürlich auch gut, dass genau die Ersatzspieler, die genau wissen, ich gehöre nicht zum Stamm, also ich gehöre vielleicht zum erweiterten Stamm, aber ich werde nicht in der Anfangsformation auf dem Platz stattgegenwählt, dass die kommen und dass die dann gut sind und dass die sich zeigen, für das sind Testspiele auch da und da haben sich viele, haben sich relativ gut gezeigt, unter anderem auch ein Fasnacht gegen Liechtenstein, muss man dazu sagen. Liechtenstein, nur schnell zur Erinnerung, hatte ein zweites Freundschaftsspiel noch nach der Schweiz, das haben sie gegen die Feröhr 5-1 verloren, also die Feröhr haben Liechtenstein auch 5-1 geschlagen. Und zuerst Maximo Feröhr überhaupt 5-1 geschlossen hat. Also einfach so viel zum Gradmessen Liechtenstein, aber grundsätzlich für ein gutes Gefühl, also der Christian Fasnacht hat sicher mit einem guten Gefühl jetzt, nachdem er auch zwei Goal gab es. Er hat auch 2-1 geschlagen, er hat auch 3-1 geschlagen, er hat auch 3-1 geschlagen, das ist super für ihn, er wird trotzdem wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen. Es ist jetzt nicht so, dass der Seferovic irgendwo sitzt und sagt, oh nein, jetzt hat er 3-1 geschlagen, vielleicht spielt der. Nein, das wird nicht passieren. Okay. Grundschussspiel, egal. Wird das eine normale EM? Passiert nichts, werden nicht irgendwelche Spieler, halb im Moment, natürlich nicht, der Serco Busquets ist Corona-positiv. Der Captain von Spanien wird sicher beim ersten Spiel, vielleicht beim ersten Bayern-Spiel nicht spielen. Gerade Diskussion losgegangen, muss jetzt die ganze Mannschaft in Quarantäne, mit dem Portugiesen auch in Quarantäne, weil die noch testet haben, gegen Spanier, wo der Busquets auf dem Platz gestanden ist. Da gibt es ja alle die Regeln, haben sie ja, wenn, wer muss, wo in Quarantäne gehen, wenn, was passiert. Das ist ja, glaube ich, so ein Flussdiagramm. Also, ich glaube, ab und zu, das ist ja auch am Anfang von der Schweizer Meisterschaft, wo es wieder losgegangen ist, sind ja dauernd ganze Spiel abgesagt worden und ganze Teams in der Musik-Quarantäne und die anderen auch noch, die gegen sie gespielt haben in der Woche vorher und nachher mit der Zeit zu verkaufen sagen, die Kindheit hat Corona, der spielt jetzt einfach nicht bis an die Galle. Also, es hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, wie man mit dem umgeht, dass nicht alle in der Quarantäne, ich glaube, die Spiele können alle stattfinden. 90% von der Schweizer sind geimpft oder haben schon gehabt. Das ist jetzt einfach noch ein bisschen absurder, ob es so ist. Dass du musst Rom-Baku fliegen für zwei Spiele. Das ist eine Spätfrage, dass der Platini mal den Ländern das versprochen hat und die Stimme gebraucht hat und er ist jetzt schon lange nicht mehr da. Aber es ist jetzt einfach in den Zeiten der Pandemie, wo man auch sagen kann, es gibt noch etwas Wichtigeres als EM, ist es einfach noch absurder, als es sowieso schon wäre. Und ich glaube, du erwärmst dich schon auch weniger für ein Turnier, der so verzüttert ist. Das kommt doch gar nicht darauf an eigentlich. Also wenn du jetzt nicht... Für eine Fernsehzuschauer, Zuschauerin. Das kommt wirklich nicht darauf an. Also was kommt schon mitüber von diesen Ländern? Ab und zu die eingespielten Superwerbefilme, die irgendwelche Austragungsorte sich präsentieren und sonst... Land und Leute. Die Spezialität von der Ortschaft. Der Drohnenflug über das Stadion und nachher geht das Stadion los und ab und zu siehst du mal die lustigen Fanmeile mit den träumligen Holländern, die sich lustig verkleiden. Aber sonst kommt eigentlich nichts mitüber der EM in diesem Land. Also für einen normalen es überhaupt nicht darauf an, wo die EM stattfindet und wo sie auch noch hinzukommen. Mittlerweile auch eigentlich nicht mehr an die, die an die Turniere gehen, die sich dann auch in den entsprechenden Zonen bewegen. Stadien sehen überall ähnlich aus. Die Fanzonen sehen überall gleich aus. Es sind überall die gleichen Stände, die es hat, die gleichen Sponsoren. Abgrenzen. Wenn du dort inne bist, weisst du eigentlich nicht mehr, ob du jetzt in Lyon bist. Weil Portugal war es heiss, wo ich gegangen bin. Weisst du, wie lange das schon her ist? Wo der Alex Frey gespeut hat. Das ist so lange her, da hat sich einiges da. Da hat sich wirklich einiges da. Weil es so heiss war. Es ist wie die Hunde, die mir die Zunge raus an der Lampe lassen, um ihre eigene Körpertemperatur zu senken. Es war überhaupt noch nicht komplett dehydriertisch. Ich weiss noch, das war das Spiel, wo der Beckheim ist einfach so, er hatte drei Meter Schatten. Und der Beckheim ist einfach 80 Minuten lang an diesem Schatten hoch und abgelaufen. Und er war dann noch fit in einem entscheidenden Moment. Weil er seine neuen Tattoos nicht hat einfach noch die Sonne halten. Genau. Das war wahrscheinlich das. Das ist jetzt auch ein Problem mit dem Granit, seinen neuen Tattoos. Was hat er, Entschuldigung, ich habe das nicht mitgebracht, aber was hat er dann tätowiert? Er hat den Namen von seinem zweiten Kind. Und warum interessiert das die Leute? Nein, das Problem ist mehr, es ist schon nicht so gescheit. Es ist nicht der grosse Skandal, was jetzt gemacht wird, weil, wie gesagt, die Spieler, die meisten hatten es eh schon, die sind doppelt geimpft. Aber wenn natürlich der Trainer sagt, ich gebe euch noch mal frei, nach dem letzten Testspiel, im Gegensatz zu anderen Nationen, die nach dem Testspiel schon in die Bubble gehen, gehen nach Hause, aber bewegt euch vorsichtig, bleiben wirklich bei eurer Familie. Um das geht es ja, wir sind nachher fünf Wochen weg. Also, im Idealfall wahrscheinlich schon eher nicht fünf Wochen, aber jetzt geniessen noch mal eure Familie, bleibt zu Hause und dann geht Zuber geht in Corona-Halke essen, macht ein Foto mit der Kochi-Crew und stellt es auf Instagram und Granit Xhaka geht sich noch tätowieren lassen, ohne Maske und der Tätowierer stellt ein Foto auf Instagram. Es ist einfach nicht so ideal, auch unter dem Aspekt, dass, wir haben ja die Kommunikation unter dem Plan Jemir Petkovic auch schon angesprochen, dass man jetzt wieder über solche Sachen reden anstatt über die Shooter, es ist einfach nicht nötig. Es ist nicht so schlimm, aber es ist einfach nicht nötig. Okay, ich habe das nicht mitbekommen mit dem Tätowieren, aber ja, es ist sicher vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Hat aber nichts mit dem Wladimir Petkovic zu tun. Nein, 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 ich habe so ein dummes Gefühl, du hast gesagt, gibt es eine normale EM. In einem Monat wissen wir mehr, ich habe so ein dummes Gefühl, durch die Versuchsanlage, die sie jetzt da haben, es kann ja sein, dass irgendwo Politiker in Ungarn oder einen Terroranschlag in Baku, oder ich kann mir einfach vorstellen, jetzt hörst du auf den Teufel an die Wand mal. Ich will es nicht an die Wand mal, aber es ist... Hast du Angst? Nein, es ist... Eben, es ist... Das Turnier ist das Zeichen davon von den Auswirkungen von diesem Shooter. Jetzt kannst du sagen, es ist gleich, das Produkt muss dem Fernseher stimmen, das ist wahrscheinlich einfach ehrlich. Dann könnte man das Produkt auch gerade McDonalds oder Adidas verkaufen. Ich sage nicht, Es ist folgerichtig, dass der Herzchef jetzt Skiverbands Fisschef ist. Es ist folgerichtig. Also noch zum Korrigieren, ich sage nicht, es ist ja egal, wo das stattfindet, es muss einfach im Fernsehen funktionieren. Ich sage nur, für die Fernsehzuschauer ist es das Gleiche, wo es ist. Ich finde grundsätzlich, ich habe lieber eine EM, die in x Länder stattfindet und dafür tut man nicht ein Land ausgehören und das baut dann 13 neue, komplett sinnlose Stadien, die nie jemanden brauchen. Wie das dann in Katar passieren wird, wie das in Brasilien passiert ist oder wie wir das letzte Grund haben, das zu holen. Das finde ich viel sinnvoller. Dort steht schon etwas und das mit den Transportweg, ja, wenn du eine WM in Russland machst, das ist zwar nur ein Land, aber es ist genau gleich weit. Und ich glaube, heute, auch wenn ich mir es wünsche, dass alle Fans zwischen diesen Austragungsorten, jeweils mit dem Zug oder mit dem Velo oder wo auch immer gehen, werden sie trotzdem nicht machen. USA, Mexiko, Kanada werden möglicherweise die weiteren Transportwege haben als Katar. Das sicher. Und wenn jetzt eine EM nur in Deutschland wäre, dann ist es ja auch nicht so, dass die einen Fans, wenn das eine Spiel in München ist und das andere in Hamburg stöppeln, werden sie auch nicht mit dem Anhänger gehen. Nein, aber was natürlich schon ist, was ein bisschen komisch ist, ist, dass du ganz viele Heimteams hast. Also in all diesen Ländern hast du ein Heimteam. Jetzt Beispiel Italien, die in der Gruppe A ist. Gruppe A, Italien und Wales. Das wissen wir. Das wissen wir. Italien kann ein Hotel beziehen irgendwie neben dem Stadion zu Rom und einfach die nächsten eineinhalb Wochen einfach friedlich im Hotel hückeln und die Schweiz reist auf Baku, von Baku auf Rom, von Rom, gerade nach dem Spiel wieder zurück auf Baku, hat dort das dritte Spiel und wenn es dann noch weiterkommen, in den Achtelfinale müssen sie wieder irgendwo anreisen. Also das ist ein Fakt da. Dass die gewissen Ungleichheiten entstehen, das ist schon nicht ganz glücklich. Und ich finde jetzt mehr, das ist das Problem einer Europameisterschaft, die in so vielen verschiedenen Ländern stattfindet, wo die Stadien so weit die Ungerechtigkeit Es ist eine Bevorzugung von den Händen. Vielleicht dreht es aber genau das Umgekehrte. Die sitzen dort drei Wochen in ihrem Hotel und haben schon total den Lagerkoller und so. Und die Schweizer haben immer wieder ein schönes Reisli zwischen Rom und Baku. Total parat und geistig frisch. Das wird man im Nachhinein können sagen, darum sind wir so schlecht oder darum sind wir so gut. Und die Italiener sagen dann, wir sind mega benachteiligt worden, weil wir müssen die ganze Zeit in Rom machen. Wir wollten auch auf Baku. Wir wollten auch auf Baku spielen. Was für ein Traum. Die Schweiz hat ja etwas Gutes zu machen. In Baku? Fussball in Baku. Ja, aber du gehst, also ich ich habe ein Problem mit, dass das Land Ausrichter darf sein. Genauso fest, wie ich glaube, bei Katar das wirklich dann auch durchziehen mit diesem Boykott, weil das ewige Meinen kann etwas bewirken, indem man dann ein Turnier gibt, das ist einfach schade. Im Moment, wo du dort landest, in Katar machst du dich schon mitschuldig, bist du schon stille Komplize von einem Schurkenstaat, wo man nicht in keiner Art und Weise noch adeln darf mit so einem Turnier. Bevor es einfach nicht zu pessimistisch wird, und zu kulturpessimistisch auch. Also der Memme ist so ein bisschen kulturpessimistisch. Nein, du bist ich in Bayern ein Kulturpessimist. Du musst mir Fragen stellen, dass ich etwas Positives sage. Voila, Lara Dickenmann. Ja, Voila. Voila, geht doch. Voila. Wenn du begeistert für den Fussball von Band Friedli hören, dann musst du einfach Namen von weiblichen Fussballerinnen. Das ist natürlich eine Alternative, mit meiner Leidenschaft ist in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie mehr und irgendwie grösser bei den Frauen gewesen, weil es der Memme kann jetzt sagen, sie ist weniger gelterin, sie ist weniger verdorben. Stimmt nicht. Megan Rapino ist Millionärin und je reicher sie wird, durchzuschuten, desto mehr ist sie. Outspoken, nimmt sie gesellschaftlich Stellung, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen jede Art Diskriminierung. Im Frauenschuten ist ein anderer Typ aus dem Werk und dort ist genau das, wir sagen gar nichts politisches von den Mannen, wir protzen, aber wir exponieren uns gar nicht irgendwie mit irgendeiner Aussage. Das ist bei den Frauen genau umgekehrt. Je erfolgreicher berühmter einer ist, der ist mehr. Kennst du ihre Haltungen? Ist sie als Mensch greifbar? Steht sie für etwas? Und klar, ich gehe nach wie vor mit jeder von Schweizer Frauen Azte lieber aufs Bier saufa als mit Grani Chaka. Aber es wird ganz sicher der interessanter Abend. Und wenn du sagst, Lara Dickenman, ja, am Sonntag ist die grösste Karriere im Schweizer Schultazent gegangen, Männer sind mitgemeint. Das hat keine Annair soviel erreicht wie sieg. Man muss nur Frauenfussball sagen und dann braucht er gar keine Frage mehr. Nein, hat die ganze Sachen. Darf ich noch meine kultur pessimistische Einwand bringen? nicht? Bring den? Nur jetzt? Schnell. Du hast jetzt Magne Rapino als jemanden gesinnt sondern gehören. Können wir gleich das Duell machen? Ich habe Panenka. Panenka? Ich wollte noch eine Frage. Das ist EM76. Du hast wenigstens ein historisch Wertfalls Libli angelegt. Aber auf das Druck kommen. Warte nur ab, wie sich das entwickelt. Wenn sich das immer mehr professionalisiert, wenn immer mehr Geld dazukommt, dann wachst du, wenn du eine Fussballerinnenkarriere machst, kommst auch früher in die Bahnen und dann verlierst genau die Ecken und Kanten. Ihr wisst noch 70 Jahre Paul Breitner hat sich auch politisch geäussert. Jemand, der heute eine Position von Paul Breitner sagt absolut gar nichts mehr. Das ist eine Zeitfrage. Je früher Paul Breitner ist noch normal aufgewachsen. Wir haben auch schon den Typus Influencerin mit 2,6 Millionen Follower in der Schweizer Marzip, der vielleicht der Abend etwas weniger interessant würde für mich, und der Typus je mehr Geld desto weniger exponieren sie sich ist möglich. Bis jetzt war es genau umgekehrt. Bis jetzt sind alle erfolgreichen Frauen Mia Ham und Abbey Warnbeck nach der Karriere Stiftungen gegründet. Sie waren politisch gesellschaftlich aktiv. Es war bis jetzt anders. Im Moment ist das Business vielleicht nicht ähnlich korrumpiert. Ich hoffe es auch nicht. Geht es noch etwas in Frauenschutten? Es geht effektiv noch darum, du kämpfst quasi noch etwas und es macht mir viel mehr Freude. Dann müsste man den Frauen fast wünschen, dass sie noch lange kämpfen müssen. Ich wünsche auch niemand, dass Frauen mal so viel verdienen wie der Neymar. Ich wünsche diejenigen, dass sie weniger verdienen. Er verdient ja allein noch gleich viel wie alle 1'700 Profifrauen der Welt zusammen. Die 50 Millionen Neymar geben alle Löhne Profischüttelerinnen auf der Welt. Brechen wir es mal ein bisschen auf den Schweizer Fussball. Ich habe gesagt, Lara Dickenmann, die erfolgreichste Schweizer Fussballkarriere geht zu Ende. Sie hat jetzt ihr letztes Spiel gehabt. Sie ist leider nicht noch mal deutsche Meisterin geworden mit Wolfsburg. Es sind Bayern München mit Katrin Lehmann übrigens noch als Ersatzgoalie, die dort immer noch dabei ist. Sie spielt immer noch? Sie spielt immer noch, Sie sind deutsche Meisterinnen von dem Amal. Aber 135 Länderspiel 53 geht. Neu wird sie jetzt General Managerin bei GC. Wenn man von den Finanzblasen des Männerfussballs spricht, GC ist daran, dass auch Geld in Frauenfussball Nicht alle finden es nur toll, weil sie auch während der Saison Spielerinnen haben versucht, abzuwerben von anderen Clubs, indem sie ihnen Geld geben, Löhne bezahlen. Wie beobachtest du die Entwicklung und die Rolle von GC, Erich Vogel und Heinz Spross? Interessant, dass sich Lara Dickmann auf das einlässt, hat mich im Moment lang auch überrascht. Sie ist einfach auch eine, die sofort wieder, sie ist so pflichtbewusst, sie will sofort wieder etwas zurückgeben und ich muss mich jetzt für das Schute engagieren. Sie braucht einen Job? Sie gönnt sich knapp eine Woche Ferien. Ich hoffe einfach, dass sie das ernst meinen. Für mich sind es primär Sponsoren, Sponsorengruppen um Heinz Spross, die ein bisschen beledigend ist von den chinesischen Investoren, die ein bisschen töpeln und jetzt tut man mal gerade extra und das war dem Vogel seine Idee und die Ideen vom Vogel sind manchmal genial und manchmal nicht im Verlauf von den Jahrzehnten. Die Butter hat jetzt plötzlich also für Frauenverhältnisse abartig viel Geld in das Frauenschute. Bis jetzt haben ein paar Frauen von Servette vielleicht 1'000 Franken im Monat bekommen. Jetzt redet man bei GZ von Löhnen von 8'000 im Monat was sogar mehr wäre als bei den Mannen beim FC Thun. wenn sie jetzt das einfach ein Jahr lang machen, ist es keine Entwicklung, keine nachhaltige Entwicklung für die Schweizer Frauenschute. Und es hat vor ein paar Jahr den Fall Neunkirch gegeben. Ich will das nicht vergleichen, weil dort das Geld war. Da hat eine die Kölnerei Rimos Geld verunterrollt und hat Neunkirch kurzfristig damit zum Frauemeister und Meisterinnen und Gebsiegerinnen gemacht. Und dann ist das alles aufgeflogen. Ich sage nicht, GZ ist natürlich kein kriminelles Unterfangen, aber ich hoffe, sie meinen es doch ernst. Sie wollen nicht nur Mannensektionen etwas auswischen. Wir investieren jetzt in Frauen investieren. Ich hoffe, wenn das ein zehnjähriger Plan ist, wäre ja ein bisschen Gesichtsverlust, wenn sie sich nach zwei Jahren zurückziehen. Ich nehme schon an, einfach nur, um das eigene Gesicht zu wahren. Das muss ein längerfristiges Projekt sein, sonst würde Heinz Pross nicht einsteigen mit seinem Namen. Er ist doch ein Patron Alterschule. Uns ist immer noch ein Klacks im Vergleich mit dem, was sie vorher alimentiert haben. Da kann man mit drei Millionen Frauen schult wahnsinnig viel bewegen. Sehr viel. Es ist schon geil. Das Problem ist ja mehr, wenn das nicht anders gemacht wird, dann hast du das wie der Servette-Effekt jetzt gewesen. Servette zahlt etwas. Alle kommen zu Servette, nachher zahlt die GC noch etwas mehr, nachher gehen alle zu GC. Aber wenn du keine Konkurrenten hast auf nationaler level... Frustig ist, sie gehen nicht. Herr Jola, die geht ja gleich lieber zur Freiburg in die Bundesliga, weil die Liga noch zu schwach ist. Dann ist es kompetitiv. Aber du wirst sicher ein paar haben. Für die Schweiz mit Fristung wäre es total wichtig, dass die Liga aufgewertet wird und da passiert jetzt etwas. Servette, FCZ, GC, wenn es ernst zu nehmen ist. St. Gallen mit Marisa Wunderlin neu als Trainerin. Ich glaube, es passiert etwas zum Guten und die Liga wird aufgewertet. Hast du dann nicht ein Problem wie Volero, Zürich oder so? Weisst du, dass du einfach wie eine Sportart oder ein Team hast, das Weltklasse ist und die anderen sind eigentlich nur Dekoration? Das wird sich weisen. GC wird nicht der FCZ und der Servette einfach an die Wand spielen. No way. Aber reden wir noch über die Nazi. Es ist vielen wie wir verfolgen. Ich verfolge die Schweizer Frauen-Nazi aus der Distanz immer wieder. Und vor allem dann, wenn es wichtig wird und spannend wird, wenn es darum geht, sich zu qualifizieren für grosse Turniere oder wenn es dann an den grossen Turnieren sind. Und ist es nicht ein bisschen blöd gelaufen jedes Mal, dass dann, wenn die Aufmerksamkeit da gewesen wäre, dass sie ausgerechnet dann nicht haben liefern können. Das neuste Beispiel, wobei sie sich jetzt qualifiziert für die Euro 20, 22, aber so die Spiele gegen das nicht sehr beeindruckende Tschechien sind jetzt schon vom Sockel gerissen und das wären dann genau die Spiele, wo dann vielleicht eine grössere Wasserleute Wahrscheinlich hat das genau mit diesem Druck zu tun. Zum ersten Mal, als ich alle die WhatsApps von meinen Kollegen bekommen habe, war es das jetzt. Es war der EM 2017 in Holland, in dem sie im ersten Match gegen Österreich wirklich abgeschiffen. Das meine ich. mega schade. Dort, wo ganz viele von meinen Kollegen zum allerersten Mal so einen Match geschaut haben und da musste ich sagen, hat der Schweizer Mann eine Nazi-Kennigruhe- Spiele abgeliefert in den letzten Jahren. Dort bin ich es einfach wie mehr gewöhnt. Und bei den Frauen ist dann ganz klar, die hat gewusst, jetzt schaut zum ersten Mal das ganze Land Primetime zu. Die WM 15 war zu Kanada zu Mitzirnacht, da habe ich vielleicht nur eingeschaut. Aber jetzt war das wirklich Aufmerksamkeit, wo sie nicht gewachsen waren. Und jetzt ist es normal so gewesen, der Barasch gegen Tschechien. Mein Gott, ich war zu tun gewesen. Es hat Nerven gebraucht, aber es ist sehr wichtig, dass die Schweiz an diesem Turnier nächstes Jahr dabei ist. Das Frauenschutten macht jetzt gerade Riesenschritte, das hat man in der letzten WM gesehen. Die WM wird ganz wichtig, die wird eine super Beachtung haben. Du wirst nächstes Sommer alle Beizen, also in Zürich wird man da Frauenschutten schauen, in den Beizen. In Bern sicher auch, in Basel und in Katar schaut man da vielleicht ein bisschen weniger. Das ist meine Prognose. Also das Turnier ist eine gewagte Prognose. Es ist mir so bekannt, dass er sich immer mal traut, eine gewagte Prognose die Welt rauszublassen. Das kann man durchaus. Haben wir dann mehr, also mein Eindruck... Also in Garden Base sitzt du Anfang des Dezember nie weg Katar stattdessen? Nein, weil das heisst nicht, dass ich im Sommer dort sitze und etwas anderes schaue. Es gibt eine Begeisterung. Wenn ganz viele Lioa-Waltis auftauchen, und das ist der eine Eindruck, wo ich von dem Grotten... Man könnte sagen, es war ein Grotten-Kick gegen Tschechien. Aber ich habe eine Lioa-Waltis, ich hätte alle anderen nicht mehr gebraucht auf dem Feld, ich hätte einfach am liebsten nur noch der Lioa-Waltis zugeschaut. Die spielt zwei bis drei Klassen über allen einander. Ist das nur mein Eindruck von diesem Spiel? Oder ist das schon eine Weltklassenspielerin in der Reihe der Schweizer? Schweizerinnen? Das ist eine Weltklassenspielerin. Also wie wie Lara auf ihrem Top eine gewesen ist. Es ist eigentlich ein kleiner Jammer, dass das beste Schweizer Frauenteam um 17, 18 gewesen wäre, als Lara Dickevano und Lioa-Waltis gekommen ist, Ramona Bachmann noch on top war, Martina Moser noch dabei war. Das ist die guldige Generation, die dann etwas erreichen konnte. Jetzt ist sie im Umbruch und Lioa effektiv die Einzige, die so verlassen auf so ist, dass sie immer top shootet und das ist auch klasse. Bei Arsenal hat sie wichtige Rollen. Sie kommt in den Auswahlen, wenn die 100 wichtigsten Spielerinnen der Welt gewählt werden vom Guardian, da ist Lioa dabei. Sie hat sehr viel Freude gemacht an diesem Match. Man kann es positiv sagen. Die anderen sind nervös. Dass wir auch noch für unsere Fernsehschau positiv schliessen. Es besteht hoffentlich. Du kannst nachher noch schnell loslegen. Wir sind schon am Ende der Zeit im Fernsehen. Wir kommen regelmässiger während der Europameisterschaft und sind nicht immer am Tag nach der Schweizer Gruppenspiel und jeweils am Tag nach dem alle Viertelfinals und nach den Halbfinals auch. Sechs Sonderausgaben sind im Fernsehen und auch als Audio-Podcast wie gewohnt im gewohnten Setting. Abonniert uns auch als Audio-Podcast und wir sehen uns regelmässiger während der Europameisterschaft. Und aus Start нав Aus 利 Aus B Aus B Aus B B